haben sie noch mehr alter man hätte kaum noch sich hier wieder da sind ja stimmt ja das ist mal ein bisschen ertragreich ja da war noch einer ja und noch eine gespawnt ja habe ich doch gehört ein 30 schuss also das ist mein letztes magazin um das mal im klartext zu reden aber da vorne ist noch eine ganze menge also da vorte kommt 45 mann das vergessen also kassel sollten wir uns jetzt mal ein bisschen zurückziehen würde ich sagen ja also ich kriege ein bisschen sackfall alter ja medikat hier an der ecke ich habe einen schuss also ich sollte ja wir warten jetzt mal kurz hier munition bekommen achtung hier kommt ein ne unmöglich aber ich habe einen mit meiner granate noch gekillt ich habe es ist bekommen alter die brennen uns wieviel los ist so gestört aber dafür sind wir jetzt an position 10 und 14 das ist doch schon mal nicht schlecht naja das ist auf jeder seite 32 und 30 33 du hast 30 24 jetzt mal wieder ein bisschen am rocken alter muss ich sagen mann 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 kommt hier rein und trägt wie das totale geballer ah danke wer auch immer das war ich ja ich habe selber bekommen und jetzt bin ich drauf gegangen ich hole dich aber dankeschön kommt zu mir hier ist medikit okay okay ich schaue mal auf die seite mann ja dann habe ich alter auf der anderen seite liegen ganz schön viele leute und ich habe einfach mal eingehalten habe da ein triplicate kommen einfach mal ja ich finde es auch ganz schön prämier mehr auch ist man nicht auf das alles scheiße läuft die herabend aber spannend du hättest dass die sachen dürfen sonst das war ich jetzt wieder zurück in mein muster irgendwie mal ach ich bin da oben er ist da oben drei Mann sind oben hallo wo bist du gesparend aber was jetzt erfände ich hier squad leader ich weiß nicht also ich bin jedenfalls mit deinem squad also warte mal squad leader bisher schon lange ich kann der nämlich schon lange also ich joine schon die ganze zeit diesem stern echt ja dann habe ich das die ganze zeit nicht mitkommen ach du musst du nach rechts mal an das hättest du mir sagen müssen was ich okay bevor ich joine oh alter nein nein den habe ich nicht gekriegt ich auch nicht du hast doch auf den rechten gezielt ja am anfang schon ja ich habe auf den linken gezielt eigentlich hätte das perfekt klappen müssen den linken habe ich auch gekriegt aber ich habe daneben gezielt irgendwie hm na passiert na vor allem die haben ja einen ganz kleinen spawnschutz ne die haben einen spawnschutz vor einer halben sekunde oder so hä was granate boah fuck der reißt mich doch die granate weg nein oh alter hat er noch ein obelzeichen ey ein obelzeichen ja ein obelzeichen muss ja echt er noch richtig fan sein würde ich sagen hier gesundheit dankeschön ein guter freund ne nicht für dich für den typ der neben dir stand ach so ich bin wieder mal scheißiger du hast volle gesundheit meier und was wolltest du dir doch noch reißen ja keine ahnung mehr gesundheit ey die haben aber C zerstört wusstest du das ach du heilige scheiße wann haben die ein C zerstört das ist eine sehr gute frau das ist mir gerade erst aufgefallen war ich war ich da komplett afk oder was ach ach du das war ach ne das bist du ja gar nicht du sorry dein name war grad so über der granate Ja, die habe ich aber schon gesehen. Alter, wir haben die Bombe und die ist außen. Alter, Alter. Nein, wo war der? Die sind immer noch da oben in die Fenster. Alter, du kannst ja nicht einfach so reinrennen. Warum denn nicht? Ich will nochmal gucken. Ich gehe nach außen, ich gehe zur Bombe. Das war halt nur für dich praktisch die Aufklärungsmission. Als Matic. Ja, aber ich habe eine gute Idee. Richtig, sehr gut, Marian. Ungute Idee. Wir gehen jetzt zur Bombe, mal gucken. Auch wenn es tatsächlich total heftig wird. Äh, die sind schon wieder hier nur am Ballern links. Ja, dort wurde Kotentrens. Genau dort, gell? Ja, das meine ich ja. Wir sollten vielleicht mal ein Stück nach links wieder rein, um die Bombe mal abzufangen. Damit die nicht auch noch B ausräumen. Nicht klar. Alter, ich habe nur ein Kill Assist bekommen. Da geht zwei. Äh, die Schnauze voll bekommen. Ja. Oh Mann. Ja, nee, äh, das war irgendwie jetzt nichts. Also wir haben nur noch B, what the fuck. Aber das halten wir jetzt. Ja, trotzdem verlieren wir dann, ne? Also, wenn wir da... Wir müssen ja nur noch 21 Minuten durchhalten. Alter. Ja. So muss es sein. Warte, links. Wo kommt der her? Das Keksmonster. Okay. Das Keksmonster ist heftig. Nichts shitten. Das einzige, was er an dem heftig ist, ist, äh, sein Penis. Ne, das wollte ich nicht sagen. Sein Monster? Ne, er ist... Der Autor immer spawnt. Nehnt sich immer hinter dir. Sein Keks in der Hose. Ja, sein Keks... Genau. Das ist gruselig und brutal. Aua, aua, aua. Noch eins höher, noch eins höher. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Hä, über uns ist die Bombe. Über uns ist die Bombe. Die verfickte Bombe ist über uns. Okay, jetzt ist sie tot. Also nicht die Bombe, aber der Typ, der die Bombe hatte. Nein, nicht die... Nicht meine Bombe hier, nein. Jetzt treffe ich einfach eine Schmer... Ich treffe einfach eine Schmer... Das gibt's gar nicht. Uh, du bist vor mir jetzt. Scheiße. Oh, Alter. Jetzt bin ich voll drauf gegangen. Ich hab aber... Einen guten halben Backflip gemacht. Oh, so. Wieder die Bläuen. Und wieder die ganze Scheiße. Oh, Alter, die Bombe ist ja hier. Das ist ja schon recht nah an ihrem Punkt dran. Wenn ich mich nicht ganz irre. Okay, ich bin Bombenträger, ne? Also... Oh mein Gott. Dann wirst du gleich sterben, würde ich sagen. Äh, ach Quatsch. Das schaffe ich. Was? Scheiße. Oh, kacke. Ich dachte, unsere Kumpels sind dort rechts. Naja, weniger denken, mehr wissen. Ja, ich hab mal wieder einen Kill gekriegt. Nein, 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 nein. Nein. Geh weg. Ich bin ja bis jetzt immer noch nicht positiv geworden. Das gibt's doch gar nicht. Halt, ey. Ja, das ist... Ich war für eine Millisekunde wahrscheinlich wiederbelebt. Scheiße, da kommen die dann wirklich noch um die Ecke. Alter, du weißt, wie viele da schon wieder im Gang stehen. Der Gang ist voll. Ich hab nur drauf gewartet, dass die in die Ecke kommen. Und dann in einen entscheidenden Moment hab ich nicht abgepasst. Der Alter, der Gang ist komplett voll. Die überrennen uns. Die Überrennung ist ganz einfach. Die, die, die machen die Außentaktik. Ja, die gehen jetzt alle außen lang, aber... Einfach die, die pure Masse gewinnt. Wo ist die Bombe? Selbst wenn ist die Bombe schon wieder dort außen? Wie geht das so schnell? WTF? Alter, sind das viele außen. Ne. Ne. Kann man echt da vergessen. Da kann man das vergessen, ey. Uuuh. Ne, alles gut. Die laufen unten lang. Die Bombe ist unten. Dann kann man nicht mal mit runter. Ne, jetzt ist es ja nicht mehr. Jetzt ist es wieder bei uns. Ja, ich hab die Bombe. Ab geht's. Jetzt machen wir sie fertig, Moin. Geh am besten mit unten lang. Ja, aber von hinten kommt auch schon wieder welcher. Alter, wo liegen denn die Spawn Points? Hä? Da ist einer hinter euch gespawnt, ganz einfach. Die sind bei 64 Mann, glaube ich, nicht mehr ganz so gut gelegt, sagst du? Also direkt vor mir, hinter euch ist er noch gespawnt. Pfff. Jetzt kann man nirgendwo mehr, naja, im guten Drop Point wieder. Hm. Mut schon, ich bin bei dir. Och, die schönen Rennwege. Wir machen das jetzt zusammen. Achtung, da kommt einer. Da ist noch einer rechts. Ne. Da ist noch einer. Ah, ne. Ich hab ihn. Aber ich kann dich leider nicht mehr geben. Scheiße. Da kommt noch einer. Ich seh ihn schon. Er ist tot. Alter, hier ist ja ein Betrieb. Sag bloß. Hier geht jetzt da die Scheiße ab. Oh, da kommt die Bomber. Scheiße, da wollte ich noch ihn killen. Ich hab dich, ich hab dich. Ah. Ah, nein. Scheiße. Das ging schief. Den hab ich nicht. Ah, der hat mich doch Mörser. Doch Mörser. Was? Wo steht der? Wahrscheinlich irgendwo. Ja, der hat bei dem Hubschrauber Landeplatz. Ich hab den noch. Ich hab den noch gekriegt. Beim Hubschrauber Landeplatz, der Mörser. Vor allem, das macht er die ganze Zeit eigentlich. Hab ich gerade gesehen. Na, äh, du kannst mit Mörser recht genau zielen. Echt? Ja. Der Schuss hat so ein Mörser. Da steht bestimmt Munitionspaket daneben oder so. Ja. Das ist ja auch der MG-Typ, der dann... Ja, stimmt. Das hat. Also quasi unendlich. Ganze Sachen. Vor allem hier außen hat man ja null Sichtfeld. Man sieht ja keine 30 Meter weit. Alter. Die Granate trifft genau. Nein! Mit der Auge. Warum nicht? Hier sind noch drei andere Leute. Warum nicht? Alter. Ich bleibe hier draußen. Kannst du nicht bleiben? Nein. Nein, wir müssen rein. Ja, der Mörser. Der Mörser macht den Efer fertig. Nein. Komm, rein. Ich bin schon wieder weg. Scheiße, sorry. Der Mörser. Was für eine Schussfrequenz hat er, ey? Abartig. Ich wurde gerade von Mörser getroffen und dann direkt wieder. Und dann war ich weg. So, war. Reinlaufen. Reinlaufen. Aber hier drin sieht es ja auch nicht sehr viel besser aus. Alter, hier brennt ja die ganze Scheiße. Alter. Medic. Na, Alter, ich wurde drauf. Und ich bin auch weg. Scheiße, Granate. Ah, ich wurde wiederbelebt. 40 Mini. Oh, ich bin wiederbelebt worden. Nee, jetzt wohl nicht mehr. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Das ist so witzlos, ey. Die werfen nur Granaten. Nur Granaten die ganze Zeit. Und die kriegen es nicht einmal hin. Einmal. Oh, ich muss jetzt eine andere Waffe nehmen. Ich kann nicht mehr die PTV nehmen. Nee. Ich nehme jetzt, ich nehme jetzt mal die P90. Oh, jetzt gewinnen wir das. Würde ich jetzt nicht so ausschreien, aber... Mal gucken. Vielleicht wird es ja besser. Alter, ich sehe auch gar nicht mehr so richtig. Aber es ist ja gleich vorbei, das Feuer. Alter. Ich weiß ja nicht, ob du noch was siehst, aber ich sehe kaum noch was. Ja. Ich sehe nur das blendende Feuer. Ich habe gekillt. Ah, das Schneezeug, das Schneegestöber. Ach, geil, Granate. Und wieder geht das Feuer an und... Da hat er ein Ikea-Schild. Ja, von dem wurde ich auch gerade getötet. Äh, wie hat er das Ikea-Schild mit Battlefield-Zeug gemacht? Wie will der das gemacht? Keine Ahnung, du ganzen Kreis. Ja, wahrscheinlich... Die Buchstaben. Ja, die Buchstaben sind wahrscheinlich wieder einzelne... Alter. Sie bilden ein richtiges... Ja, oder er hat es irgendwie wieder so besonders hochgeladen, was auch immer. Alter, weißt du, die stehen schon wieder hinter uns. Die stehen schon wieder hinter uns und das... Das fickt mich so an, ey. Oh, ACW, Abwandelpack. Ja, aber da haben wir Zeit. Ja, ein Sci-Bot habe ich jetzt endlich mal erlegt. Oh, Alter, ey. Da stehen die hinter uns. Wie geht denn das? Alter. Alter. Nein. Was denn? Die haben B geblendet. Okay. Jetzt ist es vorbei. Das war's. Alter, was der Olaf gerade abgezogen hat mit seinem Mösser, ne? Das ist nicht normal. Ne. Es ist... Allgemein, die Runde war so crazy. Alter. Uuuh. Oh, wollen wir rausgehen? Ja, ich... Ja, ne? Ich mach jetzt nicht noch mal so weiter. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.